Hab ich meine Hose runtergezogen, bin in sein Zimmer gegangen, hab gefurzt. Oh nuh. Und dann ist Kacke rausgekommen. Ich war letztens im Puff und hab die Mutter von einem Kollegen gesehen, sein Name ist Ahmedcan. Ich hab mal in der Kirche Sex gehabt. Was geht ab Leute, ich bin der Dizzy, willkommen auf meinem Kanal. Und ich hab heute ein echt firstes Video für euch. Nämlich ist es ein komplett neues Format. Also ich hab bis jetzt noch keinen anderen gesehen, als ich es gemacht hab. Auf jeden Fall hab ich es genannt, der Beichtstuhlleute. Und was wir machen werden, wir werden halt einfach mal zu Leuten gehen und sie fragen, was ihr größtes Geheimnis ist. Beziehungsweise ob sie irgendwas zu beichten haben. Und was ihr eigentlich nur noch hinzufügen kann ist, wer Neues auf dem Kanal nicht vergessen, zu abonnieren. Teilt es mit euren Freunden, teilt die Videos in Gruppen, was weiß ich. Und natürlich, was ganz wichtig ist, die Glocke anschalten. Leute, weil dann verpasst ihr auf jeden Fall kein Video. Kein neues Video. Oh, Alter. Hey, Lory, Dizzy, Mann. Was mit dem nächsten Video, Mann? Hä, welches Video, Mann? Hallo, das mit dem neuen Format. Scheiße, Alter, wie konnte ich das vergessen, Mann? Ach du, also Leute, ich muss euch was sagen. Also wir haben ein richtig, richtig freshes Video gedreht, was so auch noch gar nicht vorgekommen ist. Nämlich nennt es sich Siegen oder? Untergehen. Genau. Und wir beide zocken halt einfach gegeneinander. Mehr werde ich nicht sagen. Was ich nur noch sagen kann, freut euch auf das Video. Das wird richtig geil. Leute, da blamiert. Und was ich nur noch sagen kann, ist natürlich, freut euch auf das Video, Leute. Und viel Spaß beim Video. Peace, Mann. Okay, passt. Wir haben hier einen ersten Kandidaten. Nämlich? Fernando. Markus. Leon. Uriel. Liel. Wie bitte? Dein Name ist? Was? Stella. Yali. Abdell. David. Samzudin. Walid. Ahmed. Mahmoud. Ilham. Dino. Kati mit C. Und du? Victoria mit V. Haider. Usami. Ihr kennt sich vielleicht schon vom letzten Video. Ich blende es hier mal ein. Also, es ist natürlich was Schlechtes, okay? So ist es nicht. Genau, auf jeden Fall. Was ist euer peinlichstes Erlebnis? Oder habt ihr irgendwas zu beichten? Also, ich war da neun oder so. Da habe ich einen Baumann gezählt, das Polizei und Feuerwehr so alles gekocht. Warum gibt es nicht, Digga? Ja. Abgehauen, Mann. Nee. Okay, ähm, peinliches Erlebnis. Also, ist gerade vor so einer halben Stunde passiert oder so. Ich habe so ein Burger King Menü. Und mittlere Pommes ist ein Euro. Ja, bei mir war es so, ich war sechs Jahre alt. Ich war halt draußen auf Fußball gespielt. Dann hatte ich Bauschmerzen bekommen. Bin schnell nach Hause gegangen. Ich habe die Toiletten aufgemacht und wollte gerade Hose gehen. Oh, scheiße. Ich habe mir leider in die Hose gekackt und daneben. Ich habe mir leider in die Hose gekackt und daneben. Ich habe aber nicht drauf geschaut. Ich dachte, das wäre Meckes. Ich bin dann bei Meckes. Ich gehe dann so in die Kasse, gebe das so ab. Und dann geben die mir das so zurück. Und dann sagen die, das wäre das falsche. Also falsches Restaurant. Warte, Till. Also, du hast was vom Burger King bei McDonalds abgegeben. Ja. Ja, so ein Coupon. Ja, ich habe was zu beichten. Äh, äh. Ich beichte, dass ich hübscher als mein Zwillingsbruder bin. Ich habe einen Elastico-Panner bekommen. Ich habe einen Elastico-Panner bekommen. Der steht neben mir, schau mal. Ich sage gar nichts mehr dazu. Du lügst. Mir fällt gerade nichts ein. Es ist ein echtes Mikrofon oder? Du lügst. Du lügst. Ähm. Ich beißte. Ich habe keinen Hof bekommen. Bruh. Ha, 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 ha. Boah, Leute. Ha, ha, ha. Ja, das war sogar heute. Ähm. Wir waren in der Stadt. Und haben auf unsere Freundin gewartet. Und wir wollten sie halt überraschen und umarmeln. Und dann dachten wir halt, ähm. Da war so eine Person. Und wir dachten, das wäre unsere Freundin. Dann sind wir zu ihr geratet aus ihrem Haus. Und das war jemand anders. Und das war nicht unsere Freundin. Ich war mal mit einem 46-Jährigen zusammen. Stop it. Get some help. Yeah. Wie stimmt das? Ja. What the fuck was her? Also bei mir war, ich war acht Jahre alt. Mhm. Und da hatte ich halt stress mit meinem Vater. Und da hat er mich halt gelangweilt. Und da habe ich, also wir haben halt daneben gegessen. Mhm. Und da habe ich in sein Essen gespuckt, als er weggegangen ist. Da hat er es gegessen. Boah. Damn. Jetzt der ganze Baum so abgebrannt, oder was? Yeah. Da musste die Polizei alles kommen. Da haben, dann so, kommt die Polizei vor die Tür. Mein Vater so, ja, was hast du gemacht? Ja, er schreibt mich an, ne? Ja. Er war kurz davor Gürtel zu ziehen. Tschüss. Ja. Und seitdem habe ich so gelernt, nichts mehr anzutönten und so. Und du? Ich habe nichts, Bruder. Achso. Bruder, du hast safe irgendwas erlebt. Er war betrunken, Alter. Nein. Ich habe bestimmt irgendjemandem mal richtig Gehfiller gegeben und er wusste nicht wer. Oder du hast richtig im Auto gefurzt. Was? Ja, ich habe mal eine Frau Gürtel gegeben. Da hat sie Treppen runtergekommen. Warte, warte. Hau mal nicht. Er hat einmal den Oma gehauen. Was? Er hat nicht. Und du? Also es war halt so, da war ich noch klein, bin ich so aufs Dach geklettert, so von Schule. Und bin dann nicht mehr runtergekommen. Wie viele seid ihr einfach aufs Dach geklettert? Wie viele Leute? Also es waren so fünf Leute. Hm? Polizei, ja. Ich war in Club und ich hatte Stress mit so einem Jungen, ne? Nein, wir waren draußen vor Club und so haben wir halt... Wir wollten auf ihn draufgehen und so nach Polizei kommen und ich habe einen fetten Schlagschuk mein Gesicht bekommen. Die waren zu 10. Von wie? Von Polizei. Boah. Das war schon schlimm, Bro. Haben die nicht so festgegeben oder was? Nein, Junge. Die rennen zu 10 gegen mich und geben mir einen Schlagschuk mein Gesicht machen. Ich war letztens im Puff und habe die Mutter von einem Kollegen gesehen. Sein Name ist Ahmed Can. Und da war es halt so, ich bin halt so aufs Dach geklettert, da kam meine Feuerwehrpolizei, die ist das. Da habe ich halt so geweint, keine Ahnung. Da habe ich halt zur Polizei gesagt, sage ich nicht meinen Eltern. Auf einmal kam sie am nächsten Tag so Anzeige, keine Ahnung warum und da habe ich Schläge gekassiert. Hast du einfach eine Anzeige bekommen, wenn du aufs Dach geklettert bist? War es deine Schule oder eine andere? So meine Schule. Bro, das Schlimme an der Sache, ich war dabei mit ihm im Puff von Ahmed Can. Wir haben seine Mutter gesehen und das Peinliche daran ist, wir haben immer noch nicht gesagt. Er weiß es gar nicht. Seine Mutter hat Puff gearbeitet. Sie hat gearbeitet immer noch. Deine Mutter hat auf dem Flughafen und so auf einmal, es gibt so Oma im München Nord. Die hat so dicke Stirn, alles was sie denkt sagt sie einfach. Ja, ich bin ein ganzes Mal in den Bus eingestiegen, da war so eine Oma, die hat mich halt beleidigt, ne? Was hat sie gesagt? Was hat sie gesagt? 1 zu 1, was sie gesagt hat. Ja, sag. Äh, warte, sie kam halt mit dieser alten deutschen Oma-Stimme so, ja, was wollen diese scheißen hier nehmen und die Arbeitsplätze weg? So, so, so. Watch your profanity. Echt jetzt, Digger? Ja. Bro, Leben vorbei, ich schau sogar. Schau, Achmed, wenn du das siehst, Bro, dann, du kannst verstehen, Bro, das harte Geschichte, weiss ich mein, Bro. Heiter. Ich bin ehrlich, Ausländer. Ich wäre Alaska. Bruder, es tut mir leid, es tut mir leid. Wir lieben dich, Achmed, aber trotzdem, du weißt. Bro, wir beten für dich, gell? Also, ähm, bei mir, ich war vier Jahre alt und mein Bruder hat mich geärgert, dann hab ich meine Hose runtergezogen, bin in sein Zimmer gegangen, hab gefurzt. Oh, Null. Und dann ist Kacke rausgekommen. Oh, Schau. Also, ich hab ein Erlebnis, einmal meine Mom, gell, sie hat sie mein Handy genommen und mein Cousin, er hat mir, er hat mir so, er hat mir so ein Video geschickt, war so ein Porn, okay, die Sache war, wir haben halt nicht gelacht über den Porn, sondern, weil es echt lustig war. Wie jetzt? Ja, er hat mir halt so ein Video geschickt, gell, und das Video, da war so eine schwarze Digga, die stöhnt so italienisch, gell. Ja, es war aber so lustig, gell, Bro, der Typ, er nutzt seinen Penis, gell, einfach so rein, so halt so, wow, gell, boah, die Scheiße, die Augen wurden so groß, gell, die die Scheiße, boah, auf jeden Fall, gell, auf jeden Fall, alles so gut und so, er hat es mir halt so geschickt, ich musste richtig lachen, und wir haben uns halt immer angeschaut, da hat irgendwann meine Mutter, sie hat meinen Code geknackt, iPhone, sie hat's gesehen, sie so, Mutti, komm mal her. Boah, Mutter, kein Spaß mehr für kanischen Eltern, gell. Ja, jünger, arabische Eltern, Bro, wir sind Araber, man, das ist ja das Schlimmste, Bro. Dann, die kommst du rein, Bro, direkt hat mir so auf Arabisch, gell, sie so, ja, was ist das und so. Ich so, was meinst du, sie so, ich hab ein Video gefunden. Ich so was für ein Video, die so, ein Porno. Oh, ich hab's nicht mal angeschaut. Und Susi, sie hat so, 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 sie hat so mich gesehen, von mir bei der Freude, gell. Bro, Berra, man, Bro, das ist so Sache. Haram. Haram. Also, es ist jetzt nicht weinlich, aber es ist halt, gut. Hast du auch was mit dem gehabt, oder wie? Ja, ich war ja mit dem zusammen. Und er kann kein Deutsch. Und er kann kein Deutsch. Und er ist Sofansänger. Yay. Und ich hab, ah, ich hab mal in der Kirche Sex gehabt. Ich hab mal in der Kirche Sex gehabt. Ich hab mal in der Kirche Sex gehabt. Okay, ich bin gleich beim, oh mein Gott. Boah. Wie ist das dazu gekommen? Ich war seine Schülerin. Im Gesangsunterricht. Was? Ja. Okay. Okay, bevor ich jetzt so weiterfahre und irgendwie noch mehr aufgelöst wird, hast du noch ein Grußwort? Was? Was? Ein Grußwort? Ein Was? Was? Ein Grußwort. Ein Grußvater? Was? Ein Grußwort? Ich hab da nicht noch einen Witz erzählen. Ja. Okay. Okay. Also, das ist Hans. Moin. Was geht ab? Okay, warte, warte, warte. Das ist Hans. Hans hat keine Arme und keine Beine. Er kann... Warte, warte. Warte, warte. Warte, warte. 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 Okay. Hans hat keine Arme und keine Beine. Er kann gut schwimmen. Wenn zwar nicht weit, aber tief. Das ist nur Scheiß. Was ist grün? Was ist grün? Viereckig und erschlägt dich, wenn es vom Baum fällt. Ein Billardtisch. Ich kenn keine Witze. Ich bin unlustig. Okay. Weißt du, was ich nicht verstehe? Was? Chinesisch. Geht ein Cowboy zum Friseur. Kommt er raus, ist der Pony weg. Boom. Wir grüßen... Wem grüßen wir? Den Herr Rotter. Und du? Frau Bö. Ich grüße meine Familie. Gruß an... äh... den... Grüß an seine geile Möflinge, die gerade mal neun Zatsch geworden ist. Grüß an alle Chayas. Und an meine Ex-Chayas in der Zukunft. Sie sehen. Also... Ihr könnt mich weiter anschreiben, aber... Ich werd nicht antworten, aber... Grüß an alle Hamoudis Chayas. Ihr könnt mich antworten. Ich werd antworten. Ich grüße meinen Bruder. Soja, ähm... Was heißt Gruß? Gerrara hier. Gerrara hier, mein Sch***! Offiziell unterstrich. Leon unterstrich. Habt ihr beide noch ein Grußwort? Wollt ihr noch was sagen? Jemand grüßen? Grüße meinen kleinen Bruder Lydion. Und noch Palos, David und David. Champion Boy X und so. Ja, warum? Ähm, tschü... Ich grüße Leelhut. Wen? Leelhut. Und du? Mama, I'm on TV. Ja, kommentiert alle, gell. Diese einzelne, ja? Like mal dieses Video. Und ich grüße Samshuddin, meine Familie, Abdel, Walid, Amina, Paulus und Dario. Passt, Leute. Du, einfach immer... Gehen, gehen und grüßen. Zum Beispiel Yasmin. Achso... Warte, ich muss überlegen. Ich grüße mich selber. Ich grüße meine Familie in Togo. Also, ich grüße Markus. Wo ist denn? Wo ist denn? Wo? Ja. Ja und niemand. Passt, Leute. Jeder, der von denen kommt. Alle kommentieren, Leute. Ich danke euch, gell. Haut rein, man. Alle like mir. Was gesagt, Leute, man. Ich hoffe, das Video hat euch gefallen. Leider ist mein Akku der Ergang von der Kamera. Scheiße, was wir machen. Naja, ich hoffe auf jeden Fall, dass das Video euch gefallen hat. Lasst natürlich für ein neues ein Abo da. Teil das Video mit euren Freunden, nicht vergessen. Oder hast du noch was zu sagen, Bro? Immer fresh bleiben, fresh bleiben. Wie sonst auch immer. Und schalte nächste Woche wieder ein. Peace, Leute. Bleibt's gesund. Bei dir. Ja und Angst. Wann doch AR? Des Mam vaccine wir.